wenn windows nutzer die noch nie mit linux in kontakt waren etwas über linux hören dann denken sie immer gleich an hacker und dass das natürlich nicht stimmt ist sollte jeden auch soweit klar sein aber es gibt durchaus das ein oder andere betriebssystem ganz speziell für hacker und ein solches betriebssystem das schauen wir uns heute an also schnapp dir ein t los geht's einen wunderschönen sonnigen sonntagnachmittag es ist wieder sonntagszeit für sonntags os ich bin so ein typ im internet und heute installieren wir mal ein hacker betriebssystem namens kali linux in diesem video möchte ich auch einfach mal einen überblick zeigen was kali linux so alles hat wenn man es installiert hat vor allem wollen wir auch mal schauen was kali linux wirklich ist und vor allem auch was es nicht ist so schauen wir uns einfach mal hier bei wikipedia an einen artikel über kali linux dann werden wir feststellen kali linux hat eine ziemlich lange große geschichte es ist gegründet wurden von zwei sicherheitsforschern könnte man sagen das sind mitarbeiter der firma offensive security matti aharoni und devon kerns und die haben im prinzip die distribution backtrack os damals quasi als allererstes gar zusammengebaut könnte man sagen das war 2012 und ja seitdem hat sich das projekt backtrack immer weiterentwickelt und wurde dann irgendwann später dann in kali linux umbenannt wer die geschichte genau lesen mal nachvollziehen möchte der kann hier einfach mal einen blick in den wikipedia artikel werfen was auch ziemlich interessant ist kali linux ist einer der wenigen betriebssysteme die sich auch über als winkegs über dieses windows subsystem für linux installieren lassen ja das sehen wir dann hier und zwar ab windows 10 gibt es ja dieses windows subsystem für linux und im microsoft nein im nicht im micro doch im microsoft store kann man tatsächlich kali linux ebenfalls herunterladen auf windows und kann dann kali linux auf windows komplett nutzen auch sehr interessant das schauen wir uns aber heute nicht an so auf distro watch kann man dann auch hier noch eine kleine zusammenfassung finden von der popularität her zumindest was die klickzahlen auf distro watch.com betrifft ist kali linux tatsächlich auf platz 19 also doch ein ziemlich beliebtes betriebssystem dafür dass es ja eigentlich gar nicht für den normalen nutzer gedacht ist so auf der seite von kali linux die es nur auf englisch gibt wie ich gesehen habe kann man sich schon mal einen ersten guten überblick verschaffen was so alles in kali linux entsprechend integriert ist es gibt auch eine android app die nennt sich kali net hunter wer das also mal ausprobieren möchte einfach mal in den playstore gehen und hier ist auch das winkex das kali linux desktop experience für windows 10 auch da kann man sich ruhig mal reinlesen wer windows 10 nutzt oder windows 11 er kann das ganze mal ausprobieren so um kali linux aber mal installieren zu können gehen wir hier einmal auf download gleich auf der startseite und hier habe ich jetzt unzählige möglichkeiten was ich denn herunterladen kann die entweder auf einem arm system also auf so einen kleinen einplatinen bordcomputer wie zum beispiel dem raspberry pi könnte ich in kali linux installieren bare metal das ist quasi ja das ist noch mal die normale iso dann also darauf auf einer auf richtiger hardware man kann hier virtuell maschinen images herunterladen hier haben wir das windows subsystem liveboot als container kann man das ganze herunterladen also docker oder lxd container oder es gibt auch kali in der cloud so wir gehen hier aber auf bare metal so hier haben wir kali linux 22.1 64 bit das ist auf jeden fall zu empfehlen und dann gibt es auch hier nochmal vier verschiedene auswahl möglichkeiten so wir gehen hier auf installer da möchte ich den torrent haben denn über torrent entlastet ich auch entsprechende spiegelserver und über so ein peer to peer netzwerk lässt sich das ganze dann auch je nach internet geschwindigkeit wirklich super schnell herunterladen drei gigabyte lade ich jetzt hier gerade runter werde jetzt hier immer mit mehr immer mehr papier ist verbunden und wir sehen dass es dauert bei mir hier jetzt nur noch ja knapp zwei minuten und dann ist das ganze gleich heruntergeladen so dann öffne ich meine virtuelle maschinenverwaltung den wird manager und klicke hier auf das plus dann fügen wir eine iso hinzu einmal auf durch suchen dann hier auf kali linux auswählen hier muss man noch ein tippen ich mache einfach mal generik os es basiert auf einem ubuntu wenn ich mich nicht irre dass kali aber wir nehmen generisch so jetzt muss ich hier speicherplatz also ram speicher und cpus vergeben und ja ich mache jetzt knapp 8 gigabyte ram vergebe ich hier damit das ganze nachher auch mit der installation flott läuft und auch sechs kerne und mein 12 das passt auch und ich nehme eine 50 gigabyte festplatte wobei 20 jetzt auch ausreichen würden aber lieber ein kleines bisschen mehr ich kann es mir hier leisten auf dem system so dann einmal kali box und dann einmal konfiguration noch bearbeiten bevor es losgeht und mein virtuelles netzwerk da nämlich meine netzwerk drücke die ich schon selber mal konfiguriert habe weil die am besten funktionierte so hier den chipsatz stelle ich auf q35 um ich will eine efi installation also ein uefi system haben einmal speichern und dann kann ich das ganze jetzt ja auch noch mal durch gehen was ich hier so brauche hier muss zum beispiel die cd rom aktiviert werden so ide wird nicht funktionieren da gehen wir hier auf word io und die cd rom das cd rom laufwerk auf sata so video ist qlx treiber das kann so bleiben da wir hier gtk oberfläche quasi installieren ich glaube xfc wird vorinstalliert sein das funktioniert dann auch ja und dann sind wir im prinzip fertig und können mit der installation beginnen so hier sind wir dann auch schon im grub menü und drücke jetzt hier aber einfach mal e weil ich mal schauen möchte ob ich denn hier noch das video auf 19 20 mal 10 80 gleich einstellen kann manchmal übernimmt das manchmal übernimmt das nicht und dann mit f 10 einfach speichern und daten gut das hat jetzt mit dem vollbild dann nicht geklappt das hat er nicht übernommen ist aber nicht so schlimm hauptsache wichtig ist dass wir das jetzt hier ziemlich gut sehen so dann schauen wir mal wie wir jetzt hier die installationsroutine durchlaufen einmal wähle ich hier deutsch aus und dann wird der ganze installer hier auch auf deutsch gleich umgestellt so wir befinden uns in deutschland und das tastatur layout ist deutsch so jetzt wird das installationsmedium erkannt und eingebunden wird jetzt also eingelesen komplett ja und er hat jetzt auch die ganze zeit schon die hardware erkennung gemacht hat das netzwerk schon nach seinen möglichkeiten auch eingerichtet und fragt mich jetzt nach dem hostnamen quasi also der rechner name und ich nehme hier kali box dann einmal weiter domain name brauchen wir nicht der kann leer bleiben wir wollen uns auch in keiner domain mit anmelden dann vollständiger name des benutzers so hier wird jetzt quasi schon der benutzername abgefragt da nehmen wir typ ja typ kann auch so bleiben und jetzt noch ein starkes schweres kompliziertes und sicheres passwort für den benutzer typ und das ganze nochmal wiederholen so und hier kann ich jetzt auch aussuchen ob ich zum beispiel ein logical volume management einrichten möchte oder das ganze lvm auch noch verschlüsselt oder ganz einfach normal geführt wenn du ein bisschen mal wissen möchtest was lvm genau ist ich habe ein video zu debian gemacht wo ich debian vorgestellt habe und da habe ich mich mal ein bisschen mit lvm auch komplett ausgelassen habe ein völlig unrealistisches Setup mal gewählt um einfach lvm mal ein bisschen näher zu bringen einfach mal hier oben auf das i klicken und dann schaust du dir mal das debian video an das ist wirklich sehr sehr interessant um lvm mal kennenzulernen so ich nehme jetzt hier aber die normal geführte vollständige festplatte dann einmal weiter hier wird sie auch schon erkannt dann ebenfalls weiter und hier kann ich jetzt noch aussuchen ob ich zum beispiel die home partition separat haben möchte oder sogar noch zusätzlich die war und temp partition separat haben möchte so wir bleiben aber hier ganz normal auf das r auf dem ersten so wird das ganze dann eingerichtet gehe und auf partitionierung beenden und änderungen übernehmen und dann auf weiter so änderung auf festplatte schreiben ja weiter und jetzt heißt es t schnappen abwarten die installation läuft so jetzt wo die installation soweit durch ist kommen wir jetzt auch zu einem ja kleinen auswahlmenü und zwar haben wir jetzt hier noch die möglichkeit eine desktop umgebung noch zusätzlich auszuwählen xfce ist das ja standard ist der standard desktop für kali linux und alternativ kann man aber auch zusätzlich noch gnome installieren wenn man damit besser klarkommt oder auch kde plasma die beiden gnome und kde plasma werde ich nicht installieren ich lasse den standard jetzt so eingestellt wie es ist unter anderem ebenfalls auch mit collection of tools die top 10 most popular tools und auch die default available tools so wir machen weiter so nach ungefähr 20 bis 30 minuten ist die installation dann auch beendet und wir werden gebeten das system neu zu starten einfach bei einem klick auf weiter so und bei einem neustart wird dann das wunderschöne grub boot menü angezeigt und jetzt ist die auswahl auch schon ein kleines bisschen weniger wir haben hier noch ein paar erweiterte funktionen oder erweiterte optionen da können wir noch kernel parameter entsprechend erstellen und ansonsten einfach bei kali gnu linux auf enter und schon wird es geladen dann einmal den benutzernamen dann das passwort und schon sind wir drinnen das ist der typische die typische kali desktop oberfläche gut so wie immer erst mal hier ganz fix die bildschirmeinstellung entsprechend einstellen schauen wir mal schnell anzeige dann hier hd 19 20 wer es als erster findet sagt mir kurz bescheid da und einmal übernehmen beibehalten und schließen so jetzt haben wir das ganze hier schön im vollbild und dann wollen wir mal einen blick in kali linux hier werfen doch bevor wir richtig loslegen möchte ich selber erst mal auch einen kleinen disclaimer loswerden und dazu wechseln wir jetzt hier mal ganz schnell nochmal auf mein system also das ist nur so ein allgemeiner disclaimer in das möchte ich jetzt gerne auch für die drei deutschsprachigen räume kurz benennen wer kali linux besitzt begeht ja erstmal grundsätzlich auch keine straftat allerdings sollte man genau wissen was man tut denn in kali linux ist software installiert oder software nutzbar mit der man tatsächlich gegen gesetze gegen lokale gesetze verstoßen kann unter anderem habe ich jetzt hier einfach mal das schweizer strafgesetzbuch artikel 179 aufgemacht und hier geht es um strafbare handlung gegen geheim oder privatbereich hier bitte mal dann durchlesen ich werde jetzt die artikel unten in der video beschreiben ebenfalls noch mal verlinken so dass du je nachdem aus welchem land du kommst entsprechend da auch noch mal nachschauen kannst in österreich sind es durchaus mehrere paragrafen gegen die man dann gleich mal verstoßen kann wenn man kalilinux unbedacht nutzt und ausprobiert so wäre es zum beispiel der widerrechtliche zugriff auf ein computersystem das ist der paragraf 118 a strafgesetzbuch dann datenbeschädigung mit 100 ist der paragraf 126 a b und c ja die störung und funktionsfähigkeit eines computersystems und der missbrauch von computerprogrammen oder zugangsdaten das wäre dann der paragraf 126 c in deutschland ist das ganze in einem hacker paragrafen zusammengefasst und zwar der 202 c vorbereitung des ausspähens und abfragen von daten dieses dieser gesetzespunkt ist ziemlich dehnbar demzufolge könnte sogar schon der besitz von software illegal sein wenn sie denn dazu geeignet ist abfang von daten und so weiter zu begehen das ist damit vorbereiten gemeint ich bin kein jurist ich bin weder anwalt noch habe ich irgendeine juristische ausbildung allerdings kann ich jedem nur raten hier wirklich vorsicht walten zu lassen wisset was du tust denn unwissenheit schützt nicht vor hafe wenn du also nicht genau weißt was ein programm hier gerade tut oder macht dann lass es lieber sein hecke niemals oder greife niemals ein system an und dessen besitzer du nicht ausdrücklich die erlaubnis hast da mal rum zu spielen versucht dich einfach selber zu hacken um das ganze dann zu verstehen dieser disclaimer ist mir wirklich sehr sehr wichtig weil ich weiß dass meine zuschauer hier durchaus sehr experimentierfreudig sind gerne ein bisschen ausprobieren möchten hier kann man allerdings auch ganz schnell in eine falle geraten so sei es drum wir schauen jetzt mal nach was wir hier so haben die desktop oberfläche sieht sehr schön sauber und aufgeräumt aus dadurch dass es sich hierbei um xfce handelt ist das ganze auch ziemlich schlank gehalten wird das ganze mal hier vergrößern dann gucken wir mal mit df minus h denn so können wir nämlich mal schauen wie der speicherverbrauch ist wir haben hier die vda und hier sehen wir auch schon wie viel die vda 2 das ist im prinzip die festplatte wie viel gerade verbraucht wird so benutzt sind 9,6 gigabyte das ist jetzt das was an speicherplatz gerade verbraucht wurde so groß ist quasi die installation das ganze wurde aus dieser jahr drei gigabyte fest installations iso entpackt so dass wir jetzt hier bei fast zehn gigabyte sind ja das muss einem also bewusst werden wir haben hier wirklich unmengen an software installiert da überfliegen wir gleich noch mal kurz so genau und ansonsten h top müsste glaube ich auch schon installiert werden ist nicht installiert hier kann ich einfach auf ja sagen dann installieren wir das auch mal denn mich würde jetzt auch ganz fix interessieren wie denn so der verbrauch ist so hier sehen wir das ganze so speicherplatz also ram speicher sind 600 megabyte das ist wirklich unglaublich schlank und schnell das heißt kali linux lässt sich auch auf einem etwas älteren rechner durchaus installieren und nutzen kommt natürlich auch immer darauf an was man genau macht wenn ich natürlich eine sehr rechenintensive operation durchführen möchte kann es durchaus passieren dass man da deutlich mehr ram speicher oder auch prozessor leistung braucht was natürlich auch immer notwendig ist oder in den meisten fällen heutzutage notwendig ist gerade um pan testen eben durchzuführen ist natürlich eine gute stabile internetverbindung hier oben gibt es dann dass das netzwerk die netzwerkeinstellung und wenn du eine wlan karte eingebaut hast dann kann man sich hier auch ebenfalls mit wlan verbinden denn ich glaube das wird ja hauptsächlich so sein dass man ja per netzwerk sich irgendwo auf ein system aufschaltet so gut hätten wir jetzt hier so dann ja überfliegen wir doch mal ganz fix was wir haben einmal ganz klar die xfc 4 einstellungen ich kann hier auch das erscheinungsbild dann noch mal ändern es gibt dann die kali tweaks auch noch mal hier kann ich dann ja noch mal extra security patches und so weiter noch zusätzlich installieren das sogenannte hardening um das system noch sicherer zu machen ja grundsätzlich ist kali linux schon sehr sehr sicher in in seiner grund einstellung das heißt viele so netzwerkseitige sachen oder auch bluetooth sind standard gemäß standard gemäß auch deaktiviert ich schaue mal schnell an welcher kernel installiert ist ich nehme mal an das wird der 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 5.15 sein minus r jawoll da ist er auch 5.15 kali 3 das kali 3 sagt eben aus dieser kerne ist explizit für kali geschrieben gut dann schauen wir mal was wir jetzt hier so noch haben hier das menü ist sehr gut und übersichtlich aufgebaut denn hier gibt es dann die großen überkategorien die sind hier in ja mitten sogar nummeriert das macht sich nachher in der dokumentation immer ganz gut wenn man dann die kali schulungen oder kali tutorials macht so kann man dann immer sagen in sektion 6 befinden sich sämtliche tools die sich mit wlan angriffe eben auseinandersetzen da gibt es dann zum beispiel die bluetooth ja bluetooth ist auch drahtlos ist ja auch wireless deswegen wird das hier mit 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 untergebracht aber eben auch die fern wifi cracker zum beispiel oder der klassiker aircrack ng das ist dann quasi zum ja brute forcen von wlan zugriffen gut dann ja können wir mal ganz kurz überfliegen so kommen wir zum punkt nummer eins das ist informationsbeschaffung hier ist es ziemlich rudimentär hier kann man sich erst mal einen überblick verschaffen in der infrastruktur in der man sich jetzt befindet wo man den auftrag hat man kann eine dns analyse durchführen es gibt netzwerkscanner wie zum beispiel ein map ist ein ziemlich bekannter netzwerkscanner und so kann man dann auch schon mal schauen wo sind ssl verbindungen wo sind smtp verbindungen man kann diese dann analysieren ja samba analyse router analyse mit net mask kann man dann erstmal sich einen überblick über die gesamte infrastruktur verschaffen bei schwachstellen analysieren hier sind dann auch einige tools immer wieder mit verlinkt ja das liegt einfach daran dass man dann je nachdem was man denn gerade machen möchte dass dann immer die passenden tools auch immer wieder mit dabei sind webapplikationen wie zum beispiel die burp suite das ist ein ziemlich großes programm da müsste man könnte man ein eigenes video draus machen gibt es dann auch als community version oder auch eben auch kostenpflichtig dann mit wp scannen kannst du wenn du eine wordpress seite hast kannst du dann schauen wie sicher deine wordpress seite ist ob es da irgendwelche sicherheitslücken gibt ob du da irgendwie reinkommst das wäre zum beispiel etwas das soll da solltest du wirklich aufpassen wo du das anwendest nicht einfach irgendeine wordpress seite finden online und dann diesen wird wp scan da irgendwie ausprobieren denn das kann ziemlich schnell nach hinten losgehen wenn es die falschen trifft und gibt es hier noch diverse web crawler und web schwachstellen scanner ja auch hier ist ähnlich wie wp scan gibt es dann noch für andere ja cms system oder web systeme wirklich das nicht nutzen wenn du nicht ausdrücklich wenn nicht ausdrücklich ein webseiten betreiber zu dir kommt und sagt hey kannst du das mal für mich testen so datenbanken sql map man kann komplette datenbank analyse machen passwort angriffe wie zum beispiel john the ripper ist mit dabei dann die wordpress seite für das passwort brute forcen und so weiter hier kannst du selber für dich auch schauen wo auch immer du dich eingeloggt oder angemeldet hast ist dein passwort sicher lässt sich deine dein zugriff wenn du eine eigene zugriffs infrastruktur hast kannst du für dich selber kannst du dich quasi selber hacken und schauen lässt sich dein system irgendwie hacken und umgehen auch hier wirklich aufpassen dass das nicht einfach so wild draußen verwendet wird denn hier verstößt du mit sicherheit gegen gesetze reverse engineering gerade mit mit metasploit und so weiter reverse engineering bedeutet im prinzip man nimmt ein system was man hat und ja zäumt das pferd von hinten auf um sich bis an seine quelle voranzuarbeiten das ist dann schon ein bisschen höhere wissenschaft exploitation tools bedeutet im prinzip man kann mit verschiedenen tools sicherheitslücken herausfinden die zum beispiel auch in der exploit datenbank vielleicht schon verfügbar sind die schon bekannt sind oder man kann auch ja neue sicherheitslücken herausfinden so sniffing spoofing das ist schon ziemlich harter tobak das da muss man wirklich extrem vorsichtig sein bei wem man das anwendet gerade wire shark zum beispiel liest im prinzip netzwerkverkehr mit das ist ein ziemlich schwerer eingriff das ist dann wirklich dann am besten zu verwenden wenn du selber eine webseite zum beispiel baust oder wenn du datenverkehr hast und du möchtest jetzt herausfinden welche daten werden denn jetzt wirklich mit gelesen oder mit gesendet und welche lassen sich dann unverschlüsselt auslesen auch hier wirklich hier muss man wirklich vorsichtig sein denn das gerade beim im deutschen gesetz hier ist das das ausspähen von daten zugang etablieren hier geht es dann um ja um ssh tunnel um vpn tunnel und proxys hier kann man eine eigene proxy kette dann entsprechend erstellen um zum beispiel einen angriff zu simulieren bei forensik gerade bei autopsy ist ein hervorragendes ja reporting tool sage ich mal hier kann man dann auch festplatten abbilder entsprechend scannen und analysieren das wird durchaus sogar von der von der polizei auch verwendet die forensic tools wie zb den bulk extractor oder eben auch autopsy um alte daten oder daten von gelöschten festplatten auch wieder herzustellen ja auch das kann dafür genutzt werden wer beruflich eben in die forensik gegeben eben geht oder und so weiter der muss alles das was er tut dokumentieren und berichten das geht zb durch ein desktop recording oder auch ein ja so genannter faradaischer käfig das ist im prinzip so was wie eine sandbox ja wo man dann innerhalb einer sandbox ein bestimmtes szenario ganz einfach noch mal durch spielt und das ganze dann berichtet so hier bei social engineering tools hier gibt es hier geht es dann hauptsächlich um einen heck der tatsächlich weniger technisch ist social engineering damit sollte man sich durchaus auch privat mal auseinandersetzen da geht es nämlich auch darum nicht auf jeden link zu klicken zum beispiel oder wer eine e mail kriegt von zum beispiel paypal oder von seiner bank die dann auf einmal sagt ja wir müssen ihre daten noch verifizieren hier klicken sie mal hier und loggen sie sich ein damit war sicher gehen können dass sie auch echt sind ja das ist ebenfalls social engineering ja mit diesen fake seiten wo man dann versehentlich seine ganzen zugangsdaten einer hacker gruppe abgibt aber social engineering ist wirkt nicht nur am pc sondern social engineering hängt im prinzip schon in der kommunikation mit anderen menschen an zum beispiel werde ich auch bei mir auf arbeit regelmäßig zum thema social engineering geschult oder meine kollegen natürlich auch also unsere ganze firma da geht es dann zum beispiel auch darum wenn auf einmal die e mail eine e mail von meinem chef in meinem postfach liegt wo dann zum beispiel steht ich möge doch mal bitte hier auf diesen link klicken und da mal diese überweisung noch mal bestätigen und dann auch durchführen wie gehe ich denn mit so einem wie gehe ich damit so einer information dann um jetzt könnte es ja wirklich sein dass mein chef das tatsächlich von mir will und sagt und ich soll tatsächlich eine solche ich sag mal transaktion durchführen wie händel ich das wie kann ich sicher gehen dass das echt ist selbst wenn als absender mein chef dann da steht ganz einfach indem ich ihn zum beispiel anrufen nochmal und sage hey chef ich habe jetzt hier eine e mail bestätig soll irgendeine transaktion durchführen ist das so richtig kannst du mir das jetzt nochmal bestätigen und dann wird er mir sagen um gottes willen was für eine überweisung davon weiß ich nichts und dann weiß ich das war auf jeden fall eine phishing e mail die versucht hat hier firmengelder abzugreifen und auch das ist social engineering social engineering ist ein ziemlich breites fach was ich sehr sehr interessant finde und dann gibt es noch ein paar kali links man kann hier die es gibt eine exploit datenbank kali bugs dokumentation foren noch spezielle kali tools das net hunter ist wie gesagt das für mobile devices also für smartphones da gibt es auch die app für android und die firma offensive security ist im prinzip die firma hinter kali linux und die bietet auch kurse und zertifizierungen entsprechend an für wir erlauben jetzt hier mal alle cookies zertifizierung an eben für die nutzung von kali ali kann man nicht einfach mal so ganz schnell mal erlernen oder so mal nebenbei das erfordert wirklich jahrelang jahrelanges training übungen und auch ja wissen über wie eine datenbank funktioniert wie netzwerk protokolle funktionieren und so weiter und so fort und deswegen gibt es dieses diese zertifizierung ebenfalls in verschiedenen bereichen zum einen das pen penetration testing also wie sicher ist eine infrastruktur ja wie viel druck kann ich ausüben das kann man hier sich zertifizieren lassen ebenso web applikationen exploit also sicherheitslücken da kann man sich entsprechend eine zertifizieren lassen und hier geht es dann einfach um security operations das ist ein ziemlich eine ziemlich dicke zertifizierung wer im prinzip das soc 200 zertifikat hat nach der kann sich auf den dicken fetten lohncheck dann freuen weil man kann sich im prinzip in jeder großen firma mit diesem zertifikat ja als sicherheits als security dev op irgendwo bewerben ja hier offensive security defense analyst nennt sich das ganze dann als job beschreibung wer sich also dafür interessiert da auf jeden fall mal einen blick reinwerfen hier kannst du dann lernen wie hacking das ethical hacking wie man so schön sagt wie das ganze wirklich funktioniert ansonsten bei einzelnen bei fragen zu den einzelnen tools gibt es dann hier noch die kali dokumentation nennt sich kali org.docs und hier kann man sich dann komplett einmal ja durch eine riesengroße dokumentation durch lesen ebenso gibt es dann noch das kali forum hier kann man noch fragen stellen wenn irgendwas nicht richtig funktioniert wie etwas funktioniert wie man etwas am besten nutzt dann gibt es hier die exploit datenbank da kann man sich ebenfalls dann anschauen welche sicherheitslücken wo jetzt schon gefunden wurde und was es denn zu sichern gilt wo man darauf achten muss das ist kali linux wirklich in a nutshell einfach wirklich ganz grob mal zusammengefasst was es denn ist es gibt noch eine wunderschöne einstellung die man hier verwenden kann und zwar ist das der undercover modus wenn ich jetzt hier mal drauf drücke ändert sich das aussehen in windows 10 wenn man tatsächlich als sicherheitsberater in eine firma eingeladen wird mit seinem notebook wo kali linux drauf ist dann kann man sich da an den tisch mit setzen und hat das ganze dann in diesem undercover mode dann sieht das für jeden der vorbei geht erstmal ganz normal aus wie eine ganz normale windows 10 maschine ohne da gleich aufsehen zu erregen hey was hat der dafür ein betriebssystem ist ja kali das ist ja ein hacking system ja man kennt das so und im vorbeigehen sieht das erstmal völlig unverdächtig aus sogar hier c doppelpunkt slash home typ und wenn ich dann das ganze wieder zurück halten möchte auf den normalen modus dann hier einfach eingeben an der cover hier an der cover mode und dann wird das ganze wieder zurückgesetzt auf den normalen xfce desktop also zusammenfassend gesagt was ist kali linux kali linux ist ein betriebssystem das dazu gedacht ist sicherheitslücken zu finden in netzwerk infrastruktur oder infrastruktur im allgemeinen zu pentesten zu sichern und sicherheitslücken zu finden was kali linux besonders nicht ist ist ebenfalls ganz klar es ist nicht gedacht als system für für den alltag es ist nicht dafür gedacht das ganze einfach mal so nebenbei zu nutzen auch wenn mit kali linux unglaublich viele hacking tools und sicherheitsrelevante tools installiert sind bedeutet das nicht nur weil es verfügbar ist dass man es auch anwenden sollte besonders dann nicht wenn man nicht weiß was man genau tut denn am ende ist jeder für sein verhalten selber verantwortlich kali linux ist auch hervorragend geeignet als lernplattform wenn du dich mit computersystemen netzwerk systemen auseinandersetzen möchtest wenn du darüber wenn du das lernen möchtest wie funktionierten netzwerk wie ist es aufgebaut was ist social engineering was worauf kommt es wirklich an beim hacking was sind die größten sicherheitslücken eigentlich überhaupt die größten sicherheitslücken sind nicht die systeme die computersysteme oder fehlenden updates nein die größte das größte sicherheitsrisiko in einer infrastruktur ist oft der mensch der mensch selber ist die größte sicherheitslücke am computer und genau das kann man mit kali linux alles lernen und vor allem auch lernen wie man sich selber zukünftig mit seinem computer oder mit seiner technik die man eben zu hause oder auch auf arbeit hat auseinandersetzt wie man es nutzt und wie angreifbar man selber für einen ist aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein typ im internet